jo was geht ab youtube willkommen zum neuen video hier auf dem main kanal jam aka haptik hat mir eine challenge gestellt vor der runde der man hat gesagt wenn ich 25 kills schaffe gibt es eine dicke sub und ich glaube 20 oder 25 subs also quasi ja geschenke an meine community subs abos an meine community für die leute die sich mit twitch nicht so gut auskennen und wie die runde gelaufen ist ja ob ich die challenge geschafft habe und ja wie die lobby war seht ihr jetzt im video wünsche euch viel spaß dabei erst mal noch mal bitte die bitte an euch der appell gerne noch ein like einen kommentar und ein abo da lassen falls ihr es noch nicht getan habt gerne auch die glocke aktivieren damit ihr in regelmäßig in zukunft keine videos mehr verpasst also wünsche euch viel spaß im video wir sehen uns lasst es gut gehen das wird jetzt ein youtube video wenn du es schaffst und heftig sagt er gibt mir 30 subs wenn ich wenn ich 25 kills machen das wird der titel und die wette gilt ab jetzt ich werde jetzt direkt einen outgang bekommen 25 kills und ich wette kurz noch gegen dich jetzt schon wieder jemand nachgecheunen habe ich sogar geliebt in die runde der klasse die wache ist manchmal so ein hitmarker city baby ich muss eigentlich schnell aufs prison da maximale kill ausbreite wo dem schönen rücken schließen Was macht der denn da? This guy is crazy. This guy is a madman. Okay. Wir brauchen keine Totenstille nochmal. Rein. Wie viel? Okay, jetzt 25, ne? Boah, Digga, da muss ich zum Glück haben. Ja, dann muss ich uns nennen. Hä? What the fuck? What the fuck? Warte mal, bitte. Was? Was? Das ist einfach ein Q wie da unten. Das ist so frech. Das ist gerade wirklich, also das ist wirklich ein Skandal, wie ich da stehe. Wie viel hat dieser Typ gerade geschluckt? Wollt ihr mich verarschen? Der hat gerade 60 Kugeln Krieg gesponscht. Ich habe jeden Schuss getroffen. Bleibt irgendwie noch ein Gegner. Was geht bei ihm? Ja, was geht bei ihm? Ich habe keine Platten. Wollen Leute noch mal live? Was ist das für eine Lobby, Digga? Was ist das Lobby doing? Es wird eng, das ist nicht möglich. It's not possible. Was die Leute hier machen. TikTok. This is not possible. Schweizer, geil. Wie sterbe ich da schon wieder? Hä? Ich bin doch schon um die Ecke. Wenn wir erst spielen. Super, das hat es drehen. Nice, so strong, man. Ich bin doch schon. Wie hat das gerade nicht getroffen? Ich bin doch schon. Ich bin doch schon. Okay. 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 Ich bin ja schon. Okay. Okay. Die Bounty der Bounty ist auf. Geh sie runter. Der Bounty ist auf der Seite. wer meint er das? wer meint er das? was ist ein pfg auf, halt oh 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 no stims is a problem okay irgendwie kein headshot war das okay man okay yes he's moving enemy er war wieder ein schön sauber ja 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 egal egal aber hier ist die 25 da vorne den applaus hat man gar nicht gehört warte jetzt nochmal nochmal danke danke es war nicht 20 das war 25 Tatsächlich, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. War gut. Oder? Alter, Kaiser. GG ist Kaiser. GG, Jungs. Yeah. GG ist so stark. Bro, das war eine heftige Runde. Sehr gut. Ganz gemeinsam diese Runde der Punjabi ... Pfول.